Woher kommt eigentlich unsere Energie? Klar, tut die Ernährung, aber wie funktioniert das genau? Was liefert viel Energie, was eher weniger und welche Energie ist am besten für unseren Körper? Das schauen wir in dieser Episode ein bisschen neuer an. SUND, der Schweizer Ernährungspodcast für ganzheitliche Gesundheit. Da erfährst du alles rund um das Thema gesunde Ernährung, richtiges Training, gute Erholung und positives Mindset. Dass du gesünder und mit mehr Energie und Lebensfreude durch deinen Alltag kommst. Mein Name ist Silvon Hessig und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spass in dieser Episode. Ja, Energie. Wir alle brauchen Energie und jeder könnte irgendwie noch ein bisschen mehr davon brauchen. Darum schauen wir heute mal das ganze Energie-Game ein bisschen genauer an. Ich habe in der letzten Folge mit dem Alkohol schon mal so ein bisschen das Thema angesprochen. Falls du noch nicht dort vorbei geholt hast, mach das unbedingt jetzt gleich noch schnell. Und ja, wir fangen jetzt da nochmal trotzdem von vorne an. Weil einer von diesen drei Hauptgründen, warum wir uns überhaupt ernähren müssen, warum wir Essen müssen zu uns nehmen, das ist, dass wir Energie bekommen. Nur Energie ist nicht gleich Energie. Um das vielleicht ein bisschen zu illustrieren, brauche ich ein bisschen deine Fantasiewelt. Und darum stell dir mal vor, ja, dein Körper ist wie eine grosse Stadt mit rund so 70 bis 100 Billionen Häuser. Also, uh, verdammt viel. Und ja, die Häuser repräsentieren eigentlich unsere Zellen im Körper. So viel gibt es nämlich ungefähr. Ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber es spielt auch nicht so genau eine Rolle, wie viel das effektiv sind. Was wichtig ist, dass in diesen Häuser, dort hat es kleine Kraftwerke, quasi so kleine Holzöfen, wo man Sachen drin verbrennen kann. In den Zellen heissen die dann Mitrochondrien. Das, äh, oder die kleinen Kraftwerke, oder Atomkraftwerke, ähm, erzeugen Energie. Die machen die Energie und die sind in unseren Zellen zu Hause. Jetzt, was können wir denn aber in den Ofen tun, wo wir verbrennen können, dass wir dann nachher eben auch Energie haben? Wir haben es schon, äh, in der letzten Episode, wie gesagt, den Alkohol. Alkohol kann man verbrennen, das kann man in den Ofen geben. Äh, das gibt dann auch eine richtig schöne, grosse Stichflamme, also kurz, sehr viel Energie. Aber es vergeht dann auch, äh, ja, doch relativ schnell wieder. Und genau so ist es eben auch im Körper. Das heisst, äh, ja, es ist nicht wirklich eine sehr sinnvolle und gute Energiequelle. Und zudem, wenn so eine riesen Stichflamme kommt, machen wir auch sehr viel, oder richten wir sehr viel Schaden an. Wir machen zu viel kaputt. Und darum ist Alkohol nicht wirklich, ähm, eine gute Energiequelle. Dass es ein Gift ist, das weisst du ja jetzt auch schon. Und darum, ja, lassen wir das einfach mal schon mal beiseite. Aber du musst wissen, auch Alkohol kann man brauchen für Energie. Das ist eigentlich die erste Wahl, wenn da Alkohol im Körper irgendwo verfügbar ist, wird das schnell verbrennt. Und was bleibt sonst noch übrig? Ja, mhm, was kommt da als erstes in den Sinn? Genau, Kohlenhydrat. Und wenn wir jetzt mal bei unserem Bild möchten, bleiben mit dem Ofen. Was könnte dann zum Beispiel Kohlenhydrat sein? Kohlenhydrat ist so, ja, wie Papier oder Karton. Man kann es auch sehr gut verbrennen, das ist überhaupt kein Problem. Es brennt auch, es brennt schnell. Es gibt auch relativ viel Energie. Aber wenn man schon mal Papier oder Zeitung angezündet hat, dann merkst du, ja, es geht relativ schnell und dann ist alles weg. Also wir haben keine Energie mehr. Das heisst, wir müssen Nachschub liefern. Immer mehr und mehr und mehr. Und so ist es genau auch im Körper. Das heisst, wenn man Kohlenhydrat essen, haben wir zwar schnell viel Energie. Je nachdem, was für Kohlenhydrat geht es ein bisschen länger, bis das Ganze verbraucht ist oder ein bisschen schneller. Eben, das ist auch Zeitungspapier. Es brennt sehr schnell, gibt viel Rauch aber auch. Und Karton hält vielleicht ein bisschen länger. Also das ist so ein bisschen der Unterschied. Aber grundsätzlich brennt es schnell, gibt dir viel Energie und dann ist es auch wieder vorbei. Also es ist auch nicht wirklich eine langfristige Sache. Das heisst, du hast immer wieder Hunger. Du kommst in die Heisshungerphasen rüber. Die Blutzuckerachterwand, da haben wir auch schon davon geredet. Und ja, es ist einfach nicht die beste Energiequelle, wenn du im Alltag unterwegs bist. Wenn du jetzt schnell viel Energie brauchst, weil du irgendwie ein Kraftsportler bist oder sonst irgendwie einen Sport machst, dann ist es vielleicht für dich in dem Moment die richtige Energiequelle. Aber wenn du jetzt den ganzen Tag im Büro bist und irgendwelche Arbeiten machst, im Sitzen hauptsächlich, was ihr die meisten von uns machen werdet, dann ist es vielleicht nicht unbedingt die beste Energiequelle. Machen wir mal weiter. Was gibt es sonst noch? Woher können wir noch Energie gewinnen? Genau, Fett. Fett ist auch eine gute Energiequelle. Wenn wir es anschauen, Fett, wir haben es vielleicht auch schon mal gehabt. Einfach noch mal zum Erinnern, das hat 9 Kalorienprogramme, also sehr hohe Energiedichte. Wenn wir uns erinnern, Alkohol ist bei 7, Kohlenhydrat ist auch bei 4, also deutlich weniger. Darum Fett ist da wirklich der spitze Reiter. Er hat also sehr, sehr viel Energie. Und wenn wir jetzt hier wieder bei unserem Bild bleiben, bei unserem Ofen, kann man es vergleichen wie eine Holzkohle. Das heisst, wenn man die mal angezündet hat, sprich, wenn man da mal Fett zu sich genommen hat, und wir reden da von der guten Fette, also nicht irgendwelchen fettigen Pommes, Schnitzel und was weiss ich, sondern von hochwertigen Fetten aus Nuss, aus Avocado, aus Vieh und so Sachen, dann ist es so, wie eben die Breakheads, die brennen zwar nicht ganz so schnell, also es braucht ein bisschen, bis wir die können brauchen als Energie, aber dann, dann halten die richtig lang. Das heisst, man muss einmal einfeuern und that's it. Dann haben wir so 4, 5 Stunden, je nachdem wie viel auch, haben wir Ruhe. Wir haben also keinen Bedarf, dann wieder etwas in den Ofen nachzuschieben. Und so ist es genau am Körper, wenn wir mal mit Fett versorgt sind, das hält uns satt. Wir können lange davon Energie produzieren und das ist wunderbar. Also Fett ist eine top Energiequelle. Jetzt, was auch noch als Energiequelle kann gebraucht werden, was aber eigentlich schade ist, als Energieverschwender, das ist Eiweiss. Weil Eiweiss ist wirklich sehr, sehr hochwertig. Es kann man sehr gut brauchen für ganz, ganz viele andere Sachen. Es ist ein mega guter Baustoff. Wir können sehr, sehr viel daraus machen, von Hormonen bis zum Immunsystem, ist auch so ein grosser Teil von Eiweissen, also ich glaube um die 80%. Und auch unsere Fingernägel, unsere Haare, unsere Haut, Muskeln und, und, und. Also sehr, sehr viel hat einen grossen Bestandteil von Eiweissen. Und das dann zu verbrennen, in unseren Kraftwerken, einfach zum Energie gewinnen, das geht zwar, aber es ist eigentlich nur in Notsituationen notwendig. Das heisst, wenn wir keine andere Möglichkeiten mehr haben, dann kommt das zum Zug. Und der Punkt ist eben auch, da sind wir wieder beim Thema Stress, wenn wir wirklich viel Stress haben, das ist ja eine Notsituation für den Körper, und dann kommt eben auch dazu, dass wir dann Eiweiss als Energie verbrennen, weil wir halt das Gefühl haben, oder Körper haben das Gefühl, er muss jetzt extrem viel auf den Punkt leisten können, obwohl das eigentlich nicht der Fall ist. Und entsprechend fehlt uns dann das Eiweiss an ganz vielen anderen Orten. Wir werden krank, wir werden ausbrennt, etc., etc. Und das ist so wirklich ein Teufelskreis. Darum Eiweiss ist auch nicht unbedingt die beste Energiequelle. Wir können zwar daraus Energie herstellen, das ist überhaupt kein Problem, das funktioniert. Aber beim Besten sind wir wirklich mit Eiweiss. Äh, mit Fett, sorry. Mit Eiweiss ist zwar okay, aber Fett ist das, was der geile Shit ist. Kohlenhydrat kann mal sein, ist aber nicht wirklich für den Alltag, für den 0815 Menschen geeignet. Zumindest nicht in den Massen, weil du musst das eben auch wissen, das ist vielleicht auch wichtig, dass wir da auch noch ein bisschen drauf eingehen. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Velofahrer bist bei der Tour de France, dann brauchst du sehr, sehr viel Energie, und dann kannst du auch richtig viel Energie laden entsprechend eben auch verbrauchen. Und da ist Kohlenhydrat vielleicht genau das Richtige für dich. Wenn du aber das nicht machst, also nicht irgendwie, kein Honig, 200 Kilometer Velofahrer am Tag, dann ist das vielleicht nicht unbedingt so. Und Kohlenhydrate werden ja gespeichert in Muskeln. Das heisst, wenn du jetzt eher wenig Muskelmasse hast, dann hast du auch tendenziell weniger Kohlenhydrat-Speicher. Und was passiert, wenn der Speicher voll ist? Dann wird das umgewandelt. Was? Ja, in Fett. Das heisst, es setzt an an den Stellen, wo wir es nicht wollen, das heisst Hüften, Oberschenkel, Bauch. Einfach dort an den klassischen Problemzonen. Und das sind Kohlenhydrate, das ist nicht das Fett. Also Kohlenhydrate werden in Fett umgewandelt, weil unsere Speicher schon voll sind. Und wenn wir die nicht leeren, dann kommt alles, was Kohlenhydrate on top kommt. Das wird alles direkt umgewandelt und gespeichert. Darum ist es wichtig, dass wir die Speichere in unseren Muskeln auch regelmässig wieder leeren. Und wenn die leer sind, kein Problem, füllen wir es wieder auf. Und dann sind auch Kohlenhydrate als Energielieferant keine schlechte Idee. Also kann man das sicher auch mal machen. Wenn aber eben unser Tank voll ist, dann ist es nicht so wie bei einem Auto, wo das halt nachher einfach überläuft, sondern es wird wirklich gespeichert. Darum, ja, das ist auch so ein Grund, warum Kohlenhydrate nicht unbedingt die beste Energiequelle ist. Für, sagen wir jetzt wirklich, den 0815. Mensch, ich kann das nicht effektiv allgemeinern, weil, ja, wie gesagt, jeder hat ein bisschen ein unterschiedliches Leben. Ich persönlich bin eher der, der mehr Kohlenhydrate kann nehmen, weil ich auch so einen hohen Grundumsatz habe, wo ich es einfach brauche. Das habe ich getestet. Das kann man verschiedene Arten testen. Und das sind ganz viele verschiedene Faktoren, die von jedem Einzelnen dann noch ein bisschen angepasst werden können. Grundsätzlich aber ist es so, dass ja, Fett doch Nummer 1 sollte sein. Und wenn man in der Fettverbrennung ist, einfach auch Hochleistung oder mehr Leistung kann bringen in einer Hochleistungsphase. Und das ist dann wirklich auch besser. Vielleicht hast du das auch schon gemerkt, wenn du gegessen hast, wenn du sehr viel Kohlenhydrate hast, dann bist du nachher richtig müde, hast du Müde, wieder hineinzukommen. Am Nachmittag ist das oft der Fall. Das klassische Nachmittagsloch vielleicht auch schon. Und darum verzichtet auch auf deine ganzen Zeugs, wo Leid draufsteht, weil Fett ist wirklich das, was gut ist. Und wirklich nochmal die guten Fett. Fett ist auch ein mega grosses Thema. Vielleicht mache ich auch mal eine Podcast-Folge über das, wo ich das wirklich mal versuche, so ein bisschen zusammen zu stauchen und dir mitzubringen. Auch ein sehr spannendes Thema. Aber grundsätzlich eben die Fett in uns. Avocado, Fisch, ich habe es schon mal erwähnt. Das sind die guten Fett. Und da kann man wirklich auch gerne mehr davon essen. Und das macht ihn eben auch satt. Und unter dem Strich, also am Ende vom Tag, haben wir weniger gegessen. Kalorienmässig und auch wahrscheinlich mengenmässig, weil man halt mit Kohlenhydrate immer und immer wieder irgendwo einen Snack hat. Da irgendwie noch Frucht und da noch Schokistängeli. Das sind alles Sachen, die uns auch Energie liefern, aber halt den Tank irgendwie füllen und dann überfüllen. Und ja, also das Game ist ja so ein bisschen endlos. Und darum eben vergiss das mit den Leitsachen. Nimm lieber die, die wirklich auch Fett noch drinnen haben, weil der Körper tut es nachher eh umwandeln. Und darum ist es schlauer zuerst Fett nehmen, satt sein und davon lang wirklich profitieren können, wie mit den Holzkohlenbriketten. Und das nicht einfach schnell verbrennen und dann den Rest quasi umwandeln in Fett. Das wäre ja nicht unbedingt die beste Idee. Und ja, dafür einfach ein bisschen vorsichtig damit umgehen, was du in deinen Ofen hineinrührst, um verheizen und daraus Energie zu gewinnen. Ich hoffe, ich habe dir ein paar weitere spannende Sachen mit auf den Weg geben in dieser Episode. Wie jede Woche würde mich natürlich auch diese Woche über Feedback freuen, ob dir das gefallen hat, ob dir die Themen nicht zusagen oder ob du vielleicht andere Themen wünschst hast. Ich würde mich auch super über Rezensionen oder ein Kommentar auch bei Social Media freuen. Also schau mal bei Instagram oder auch bei Facebook vorbei. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit einem spannenden Thema. Ich kann mal schon so viel verladen. Es wird höchstwahrscheinlich sehr süss. In dem Sinn, mach's gut und bleib gesund. de , geht's. Untertitelung des ZDF, 2020